Adjagarasana ist die Stellung der Riesenschlange bzw. die Stellung der Boa. Adjagara ist die Riesenschlange. Adjagara ist auch die Bezeichnung eines Asura und soll eine große Kraft ausdrücken und auch die Fähigkeit, Schwieriges zu verdauen. Denn die Boa, die Riesenschlange, kann Großes verschlucken und dann verdauen. Felix zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage. Von der Rückenlage ausgehend hebe das Becken etwas und falte die Hände. Dann anschließend komme wie in den Fisch. Du kannst erst das Gesäß unten lassen, Scheitel auf dem Boden und dann hebe auch das Becken hoch und gib den Fußsohlen auf den Boden. Und spätestens hier siehst du ja, so sieht jetzt die Riesenboa aus, die gerade etwas Größeres verschluckt hat. Angenommen, du kennst den kleinen Prinzen, dann hast du ähnliche Darstellungen dort gefunden. Schaue dabei auch zum Punkt zwischen den Augenbrauen oder schließe die Augen und halte deine Aufmerksamkeit bei dem Punkt zwischen den Augenbrauen. Wenn es dir gefallen hat, klicke auf Daumen hoch oder gefällt mir. Und wenn du die Stellung selbst ausprobiert hast, schreibe doch in die Kommentare über deine Erfahrungen. Danke.